jo liebe freunde wir sind auf dem besten weg ich gucke mich mal kurz ein bisschen rechts und links um wir haben ja durchaus schon ein bisschen Zeugs da gehabt und müssen das eigentlich jetzt hier nicht versimmeln lassen wir haben ja jetzt unsere super HAKAKAKAK und Platz sparen müssen wir im Augenblick auch nicht XP-Farmen können wir so auch schön also greifen wir einfach mal zu in die Vollen, wenn schon was da ist dann muss man auch vielleicht finden wir ja dabei noch ein paar Diamanten guck mal man weiß ja nicht weil eigentlich Diamanten kann man ja nie genug haben wenn wir mal mit den Diamanten genauso viel Glück gehabt hätten wie mit den Emeralds, das war krass acht Emeralds und mal eben 36, äh 16 rausgezogen das war schon außergewöhnlich muss ich sagen das ist schon ziemlich fett so viel Glück hat man dann meistens selten hat man meistens selten, hat man eher selten ich merke wieder, ich hätte was zu trinken dabei haben sollen irgendwie ganz komisch, ich bin ganz schön empfindlich was das Sprechen angeht irgendwie trocknet mein mein Sabbel meine Sabbel Strings die trocknen relativ schnell aus oh der gute Gravel ja wir müssen jetzt wir haben jetzt eigentlich fast schon fast schon die Grundlagen für ein echt tolles für ein echt tolles Heimlager gelegt und können jetzt guten Gewissens anfangen weitere Bauprojekte in in Angriff zu nehmen sowas wie eben eine Ernährungsanlage oder eben andere Geschichten und darauf freue ich mich eigentlich auch schon endlich mal gescheit loslegen können komisch, warum haben wir eigentlich hier nie weitergegraben gab es da irgendeinen Grund dafür? außer dass wir ich mache es mal mit der Super Efficiency Hacke auch sehr komisch wie auf diesen ganzen während des ganzen Gebuddels in dieser in dieser fetten fetten Megamine oh cool in dieser fetten Megamine direkt auf Diamanten gestoßen voll gut so wie viele Diamanten waren es jetzt? 2, 1, 2, 3, 4, 5 5 Diamanten mal gucken wie viele wir abgegriffen haben schmeißen wir dazu einfach mal die Blume weg 13 voll gut cool optimal sehr schön oh trinken sehr schön mit ein bisschen trinken im Bauch da gräbt es sich gleich viel leichter ich gucke mich jetzt nochmal um wer weiß vielleicht habe ich ja den ein oder anderen Diamant übersehen nein geil ich habe den Diamanten gerade abgerippt voll geil auf Glück mal irgendwo hingegraben jetzt grabe ich einfach mal auf Glück weiter wer weiß vielleicht haben wir wieder einen Diamanten in der Ecke das Glück kann uns ja auch mal Doppeltholz sein jetzt auch nicht wenn es so nicht so unglaublich typisch ist dass man ständig Diamanten direkt nebeneinander findet das war jetzt schon beim letzten Mal so ein Megamoos das war schon verboten ist jetzt nicht so typisch guck da haben wir jetzt ein bisschen was was abgegraben hier jetzt habe ich leider gar keine Fackeln dabei deswegen lassen wir das jetzt mal einfach sein wobei man das das eigentlich auch nicht machen sollte das kann nämlich auch ganz schön gefährlich dann enden weil dann macht da hinten lauter Monster spawnen aber hier haben wir jetzt glaube ich massig Ressourcen irgendwo also Redstone glaube ich hatten wir hier einiges dann wenn ich mich nicht irre oder habe ich mich komplett geirrt jetzt auch kein großes Wunder oh nein haben wir das doch alles abgebaut einfach ganz blind und blöd ich dachte wir hätten hier voll die Ressourcen gefunden was ist denn das für eine schlechte Strippmine das ist ja zum Davonstrippen das ist ja der volle Witz extrem erfolgreich unsere tolle Strippmine z mega okay ich gucke jetzt mal wir fahren jetzt einfach mal so hoch und dann anderweitig wieder rückwärts aber scheinbar waren wir hier nicht so erfolgreich nicht so erfolgreich wie gedacht gut dann dann lassen wir das sein dann fahren wir einfach gleich wieder zurück wir müssen ja nicht unbedingt in irgendeiner blöden Strippmine rumhängen wenn wir eigentlich Ressourcen satt haben sowohl also ich habe auch Ressourcen satt ich kann einfach nicht mehr ich kann es nicht mehr leiden wenn wir eigentlich hier Tonnen an an Materialien haben das ist ja irgendwo auch Banane nur das einzige was uns eigentlich immer noch fehlt Mengen technischen Diamanten und die scheinbar finden wir hier eh nicht mehr hier finden wir ja gar nichts ist echt schwach was für eine Mine hier sind wir nur x mal gestorben das haben wir großartig hinbekommen ganz erfolgreich haben wir uns umbringen lassen gekonnt da war das da war unser XP sollen wir mal ganz kurz die letzten zwei Stufen uns holen würde ich doch fast 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 vorschlagen haben wir hier eigentlich noch Ressourcen ah ja hier haben wir Gold nochmal übergelassen ganz kurz gucken Block Block toll warum kommt denn da überhaupt kein Geld raus oder kein Ding ins raus kein XP raus da beim Gold abgraben gibt es immer ein bisschen was x warum habe ich habe ich vorhin irgendwie drei Diamanten irgendwie habe ich Gespenster gesehen ich habe glaube ich Gespenster gesehen ich habe dann eine 6 gelesen wo eine 3 war das gucke ich mir nach einem Video nochmal an daher schaue ich mir den Videobeweis an in jedem Fall manchmal glaube ich echt ich sehe Gespenster oder Wunschkinden Wunschdenken so ich wünschte es wären mehr gewesen Seeds ja die sind ja super wichtig warum habe ich eigentlich überhaupt keine Fackeln das ist ja auch blöd gar keine Fackeln dabei zu haben das ist ja nicht gerade so schlau die letzten anderthalb Stufen holen wir uns von den Zombies kommt meine Zombies la 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 eigentlich hatte ich mir auch ein Thema für heute zurechtgelegt darüber können wir eigentlich noch die nächsten paar Minuten mal quatschen ich weiß nicht ob ich das kriege aber ich habe es zumindest mal angedeutet und zwar die Streiterei über äh Mobiltelefone finde ich auch so ein sehr ein sehr amüsierendes amüsantes Thema denn mir ist aufgefallen also ich selber bin Besitzer eines Android Telefons und bin eigentlich auch schon seit keine Ahnung ich glaube seit dem zweiten existierenden Android Telefon dabei das das erste war dieses HTC T-Mobile One oder sowas hieß das keine Ahnung T-Mobile G1 oder so hieß das genau dann kam das Galaxy Samsung Galaxy also nicht das S1 das was die meisten von euch kennen sondern da kam nochmal ein Samsung Galaxy davor das hatte ich dann gekauft weil ich gedacht habe hier Samsung voll super war dann nicht so super war dann eher absolut beschissenes verdrecktes verkacktes scheiß Müll Tool und auch die Build Quality war einfach nur unter aller Sau weswegen ich dann auch Abstand genommen habe von weiteren Samsung Produkten da ich bis heute der Meinung bin wenn ich so ein Samsung Telefon in der Hand halte ich habe irgendwie so ein Stück Plastik Spielzeug ist mein persönlicher Geschmack wohlgemerkt manche Leute mögen dieses diese diesen Kunststoff den Samsung verbaut und mögen es auch dass ihr dass ihr Telefon diese Haptik hat ich mag es nicht gefällt mir nicht so worauf ich hinaus will ist mit welcher mit welchem religiösen Eifer inzwischen dieser dieser Kampf ist ja inzwischen wirklich ein Kampf zwischen den Benutzern könnte man es nennen denn die Benutzer die benutzen nicht mehr einfach nur Telefon das Telefon ist auch Ausdruck ihrer Persönlichkeit es ist es ist Lifestyle Produkt es ist ja Prestige Objekt zu einem gewissen Teil und da ist mir immer aufgefallen als ich damit angefangen habe diese Android Telefone zu kaufen hat das keiner gemacht da waren alle noch äh extrem iPhone geil und da gab es nur iPhone 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 und haben alle gesagt ja ja iPhone beste alles andere Müll okay und heute sind es fast die gleichen Leute die sagen ähm Android 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 iPhone alles Müll alles Müll alles Müll also von einem Extrem ins andere natürlich was mir vor allem eben aufgefallen ist ist dass es es gibt nur du bist du bist entweder das eine oder das andere du kannst also nicht sagen ähm ich mag ein Telefon das so und so ausschaut oder das und das tut ähm weil differenzierte Geschmäcker sind nicht sind nicht erwünscht an der Stelle sondern du musst eine extreme Meinung annehmen und nichts du darfst nicht sagen zum Beispiel beim iPhone gefällt mir das Design die Build Quality und die Benutzerfreundlichkeit des Systems oder was weiß ich der Bildschirm whatever keine Ahnung die Kamera jedes iPhone hat ja auch die Qualität äh gewisse Qualitäten und dann kannst du nicht sagen bei Android finde ich es toll dass die Android Telefone einen größeren Bildschirm haben dass äh die Plattform grundsätzlich offener ist und wer will kann fröhlich drauf los basteln und spielen so man darf einfach nicht diese Diskussion über diese beiden Betriebssysteme und Hardware darf man nicht auf Fakten führen denn es geht am Ende geht zum Beispiel auch ähm wenn man jetzt wenn man jetzt beispielsweise den Vergleich zwischen dem iPhone 5 und dem Samsung S3 oder dem HTC One X das was ich habe ähm zieht dann darf man nicht zum Beispiel sagen okay ähm was ich der eine Bildschirm ist zwar größer und dafür kann eine Frau den nicht mit einer Hand bedienen zum Beispiel geht meine Freundin zum Beispiel so die könnte nur ein iPhone bedienen mit einer Hand ich habe Riesenhände ich kann auch mit dem HTC One X mit einer Hand ganz gut arbeiten weswegen ich auch keinen kleineren Bildschirm haben wollte und eben einfach nur zu sagen ja also ich finde das gut ich finde das gut ähm ich kann aber verstehen warum Leute sagen ja ähm ich benutze dieses Mobilbetriebssystem oder diesen Hersteller finde ich gut aus dem und dem Grund sondern es muss immer nur extrem nur mhm schwarz-weiß so als wäre als wären die Smartphones und die Betriebssysteme der Smartphones die neuen Fußballvereine es ist sowieso so eine Tendenz im Internet dass wenn Menschen den Mund aufmachen sie sich mhm nur noch dann überhaupt zu Wort werden wenn sie einen Fußballverein ähnlichen Extremismus an den Tag legen das merkt man ja zum Beispiel auch bei Let's Playern wenn wenn man dann zum Beispiel unter den Kommentaren von Gronkh liest oh Gronkh verreckt doch äh du bist ja eh der Dümmste ähm der Kampf ist vorbei Pete Smitty hat dich abgezogen ähm der neue Let's Player am Sternenhimmel bla 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 tralala wiii oder letztlich hab ich bei mir gelesen fand ich zwar natürlich sehr schmeichelhaft also vielen Dank dafür nicht nicht jetzt so nehmen dass ich's böse nehme aber hat einer geschrieben boah du bist ja viel besser als Gronkh das ist natürlich toll vielen Dank ja dankeschön dass du das glaubst aber ähm ich möchte eigentlich ungern dass man da jetzt immer so direkt vergleicht sondern beschränkt oder beschränkt euch doch einfach wenn ihr einen Let's Player gut findet ihn einfach nur gut oder schlecht zu finden oder ihm einfach nur zu sagen hey ich find es cool was du machst ich find es nicht cool was du machst ich find es cool wenn du das oder das machen würdest und nicht immer dieses vergleichen mit anderen Let's Playern denn es gibt da kein ich guck nur den oder nur den oder ich nur der hat irgendwie eine Daseinsberechtigung äh weil er der Größte weil er der Kleinste weil er der Coolste weil er der Jüngste weil er der Älteste weil er der Etablierteste weil er der Mutigste weil er der Frechste sondern alle von den Let's Playern haben ihren eigenen Charakter ihren eigenen Charme ihren eigenen Stil ihre eigene Stimme ihre eigene Persönlichkeit und ich finde dass man da irgendwie gar nicht vergleichen sollte oder vergleichen müsste eigentlich ich persönlich folge mehreren Let's Playern ich folge mehreren YouTubern ich schaue Videos von ganz ganz vielen Leuten äh wenn ich Zeit dazu habe natürlich nur und ziehe da aus sehr viel Spaß daraus und möchte möchte es auch überhaupt nicht missen dass ich mir irgendwie sagen muss nee weil ich Fan von dem bin gucke ich jetzt den nicht also gerade die Leute von Pete Smitty und ähm Team Gronkh sozusagen die haben da irgendwie so eine Rivalität untereinander ich kann es nicht nachvollziehen inwiefern da eine Rivalität von Seiten Gronkh oder oder Pete Smitty herrscht ich kann es mir aber nicht vorstellen da die Jungs glaube ich auch ganz genau wissen was sie da machen die leben ja davon das ist ja ihr ihr Geschäft sozusagen die werden bestimmt nicht so kurzsichtig sein und sich irgendwie auf so ein auf so ein so ein Kinderfasching da einlassen und sich gegenseitig irgendwie die Haare kriegen wegen sowas das kann ich mir nicht vorstellen dass das ist weder Gronkh noch Pete Smitty vom Style her wobei ich zum Beispiel dann da bin ich auch ganz ehrlich für mich ist Gronkh der Lesplayer dem ich lieber zuschaue als Pete Smitty da ich beim Pete im Speziellen nicht bei seinen anderen Jungs habe ich kein Problem aber mit ihm habe ich so ein bisschen das Problem dass ich das Gefühl habe weiß nicht er ist mir nicht so authentisch aber das ist natürlich wie gesagt nur eine Geschmacksfrage ich finde ihn halt einfach nicht so nicht so authentisch nicht so sympathisch ihm höre ich nicht so gerne zu Brammen finde ich super der hat sehr sehr sympathisch was er sagt hat irgendwie Hand und Fuß und er ist dazu noch sehr sehr lustig gefällt mir gut und genau das meine ich also man kann doch einfach sagen ich finde Brammen total sympathisch ich finde Pete nicht so sympathisch oder ich finde Pete sympathisch oder ich finde Gronkh nicht so sympathisch aber warum muss man da immer dann vergleichen und dann immer sagen weil ich den gut finde darf nur der existieren Geschmäcker sind so fantastisch unterschiedlich das geht ja auf keine Kuhhaut das ist ja mega was wir allein die Musikgeschmäcker die wir haben genauso kann man auch Menschen unterschiedlich mögen oder sympathisch finden und jeder einzelne von den Menschen hat trotzdem oh ist meine Maus schon wieder im Arsch oder habe ich die nur gerade warte mal oder habe ich die nur gerade aus Versehen ausgeschaltet das kann passiert nämlich auch manchmal Sekunde ich schaue ganz kurz Batterie die Maus fast leer Tatsache seht ihr meine Maus ist wirklich ein Batteriefresser aber dazu da muss man natürlich dazu auch verteidigungsmäßig sagen dass ich uralte Scheißakkus habe und diese uralten Scheißakkus die haben so eine die haben so eine ganz tolle Lebensdauer die sind nämlich schon was ich mindestens warte mal wie viel alt sind die sind die sechs sieben sieben jahre alt mindestens das sind Nicke Metallhydrid und die altern ordentlich schnell und wurden schon x tausend mal aufgeladen also so okay jetzt habe ich es gesehen vielleicht sind auch die daran schuld dass ich keine so tolle Lebensdauer habe in meiner Maus und auch diese die sind auch so heute Mittag habe ich noch geguckt da hatte ich noch eine Ladung von 32% ne stimmt gar nicht von 24% genau jetzt geht schon zu und jetzt sind sie schon wieder leer das ist natürlich auch jetzt kann ich gerade mal gucken wie voll die wie voll die sind wenn die komplett neu kommen ich habe jetzt erst vor kurzem geladen jetzt gucken wir mal verbunden wie voll bist du denn jetzt mal gucken Johannes Maus 52% seht ihr damit hält es natürlich nicht sehr lange da kann dann auch die böse Maus nichts dafür sondern das ist gänzlich dem nutzlosen Müll geschuldet hallo haben wir nichts keinen Platz mehr können wir nichts aufnehmen bitte ach das ist ja nur ein Pfeil ja also wirklich jetzt geht es los ich wollte meine Karotten in den Boden rammen denn Karotten hatten wir so wenig so jetzt der Rest kommt natürlich wieder mit Getreide und Kartoffeln unglaublich wie sich die Geschmäcker verändern früher habe ich keine Kartoffeln angepflanzt jetzt nur noch fast kein Getreide kein Brot mehr denn das nützt nicht so schnell wie die tollen Kartoffeln jetzt habe ich keine Kartoffeln toll habe ich noch welche in der Kiste ja ich habe noch 25 Kartoffeln in der Kiste sehr nützlich das packe ich dann und das da rein und das da rein Kartoffeln hallo ne 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 wie langt das ich glaube wegen einem nicht egal den lasse ich das stört nicht die Pumpkins weiß gar nicht wie ich die am besten ernten soll keine Ahnung muss ich mal gucken kann es sein dass ich ich gucke mal mit einer Picke mit einer Picke geht es auch nicht schneller vielleicht geht es mit einer Axt wahrscheinlich nachher schneller Jo Farmville Melonen noch mehr Melonen 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 sind komplett sinnloser Scheiß die geben nämlich fast keine LP deswegen mag ich die nicht so oh guck mal jetzt haben wir die 32 jetzt würde ich sagen machen wir uns mal ein Diamantschwert und enchanten das mal sollen wir das machen dann können wir uns besser gegen Hallerlei Monstren zu wehr setzen Diamant Holz haben wir schon ja Holz haben wir was haben wir da oh gut jetzt können wir mal verwursten oh brauchen wir gar nicht haben wir schon mehr als genügend davon 13 Diamanten Juhu 52 Diamantschwert jetzt muss ich natürlich eine Sache machen bevor ich irgendwas enchanten muss ich das Ding erst mal benamsen oder warte mal ja erst 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 benamsen dann enchanten da kann es schon sein dass ich jetzt nachher zu wenig Level habe um es zu enchanten ja scheiße super Schwert nein ist für mich wieder die sieben Level egal ich habe ein Superschwert das packt hier in die Kiste bis ich es enchanten kann oder sollen wir uns die sieben Level holen mitten in der Nacht schlachten wir die Monster ab in der Dunkelheit hieß dieser Kerl nochmal gleich da gab hatten wir das so ein irgend so ein Politiker der hat immer so geredet hat er wo habe ich eigentlich mein wo ist mein Ei da wo ist mein Ei wo ist mein Ei wo ist mein Ei auf Ender da ist dein Ei auf Ender du Ender 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 Chest das ist jetzt unsere portable Ender Chest die wir immer mitnehmen voll gut so muss das sein stopp das kommt hier rein das ist ein Werkezeug auch das ist ein Werkezeug Knockback haben wir da ah ich habe das Buch hier drüben gehabt da haben wir Bane auf Anthropods und ich hatte noch irgendwo nochmal ein Buch Efficiency Efficiency 5 ist auch geil eigentlich das könnten wir eigentlich auch irgendwo drauf zimmern irgendwann mal vielleicht auf unsere Silk Touch Unbreaking das wäre dann die Obersuperhacke sollen wir das machen hier kriegen wir sie gar nicht mehr in Chart Gucken wir mal ob wir genügend Level haben um dieses Gerät zu verzaubern mit den Efficiency 5 oh geil es kribbelt in den Händen soll ich es machen soll ich es nicht machen ja nein 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 dann hätte ich echt eine supergeile Axt Hacke ich weiß es nicht drei zwei schluckt's Wasser dann entscheiden wir uns wenn wir die jetzt enchanten dann ist das unsere Axt die wir immer mitnehmen wenn ihr uns abhanden kommt dann sind wir ja böse die hier ist auch schon ziemlich gut hält genauso lang und verdoppelt unseren Mist aber auf jeden Fall ist das hier die bessere Hacke ja wir machen das mit der denn das ist die bessere Hacke um sie guck mal wenn wir jetzt reparieren müssen wie viel muss man dafür zahlen mal gucken ach egal wenn wir die nämlich jetzt mitnehmen dann können wir viel länger irgendwo in der Höhle unten bleiben bei der anderen da kriegen wir ja noch mehr Scheiß raus deswegen wird das wird immer die Hacke sein die hier drin ihr ihr tristes dasein fristet ihr fristet dasein trittet wo sind denn die Melonen achso die sind draußen ich hab grad gedacht da bin ich halt Melonen fischen könnten wir auch mal wieder gehen und uns mehr Katzen holen yay miau ah guck mal hier da kriegen wir auch wieder XP doch wissen was das machen wir jetzt genau 1 2 3 4 packen wir uns mal hier so richtig das kann man doch einfach in so ein 64er Stack da reinschmeißen dann haben wir immer Kohle hier drin das nützlich das gut das super können jederzeit Scheiß da reinschmeißen so muss das sein genau so muss das sein mein lieber Freund so ich würde sagen wenn wir nicht grad zufällig Nacht haben ist das der Fall haben wir Nacht lass mich kurz schauen wenn wir nicht eine XP Nacht haben nein wir haben keine Nacht aber es würde gleich Nacht werden also eigentlich könnten wir dieses kleine Abenteuer noch mitnehmen bevor ich die Aufnahme beende aber ich warte noch einmal ein bisschen meine kleine liebe Katze was soll ich tun was soll ich tun ach ich liebe dieses Shaderpack es kommt mir vor wie ein Star Trek das ich letztlich geguckt habe so buff jetzt haben wir diesen merkwürdigen Bug sehr komisch ne hier mag ich bei Nacht sowieso nicht spielen ne ne das lassen wir gut dann machen wir an der Stille eine Pause und ich melde mich dann zurück wenn ich mal ein bisschen was von euch gehört habe ne ich mag mal ein bisschen mehr was von euch hören hier ich will mal wissen was ihr was ihr euch anschauen wollt was euch bebebebebebebe was euch begeistert bewegt was euch wuschig macht 64 Holz Stone können wir auch irgendwo abschmettern können wir Mastik Stone hey Stone das wird super das packen wir einfach mal da rein oder das ist genau die Notausrüstung die wir eigentlich brauchen so von der Menge her ah warte das mache ich später ich muss noch draußen ein paar Löcher flicken da ist noch nicht alles in Ordnung ganz und gar nicht nicht in Ordnung hier können wir mal auf jeden Fall ein bisschen was abgreifen so viel brauchen wir nicht mit uns rumschleppen gut an der Stelle geht es dann wieder weiter wenn wir uns wieder treffen und das nächste Bauprojekt in Anspruch nehmen in Angang in Angriff in Angriff nehmen eventuell entweder die Ernährungs Farm für unseren kleinen Hobbit oh so schön da draußen mit dem Spiegel in das Wasser oder was wir natürlich auch machen könnten wir könnten die Insel weiter bevölkern mit Gebäuden die hier irgendwie hingehören wie keine Ahnung wir könnten einen Fluss durch dieses durch diese Insel ziehen der von irgendwo von oben runter fließt und dann diesen Bach hier mit dem Bach da hinten verbindet zum Beispiel würde mir jetzt mal spontan einfallen oder irgendwas anderes ich weiß nicht es gibt ja sehr viele Möglichkeiten naja lasst mal eure Kreativität spielen ich habe keine Lust mir Gedanken zu machen bis zum nächsten Mal liebe Leute auf wiedersehen ciao